Hallo und herzlich willkommen zurück und es geht auch gleich los. Wir werden auch gleich angegriffen von einem unbefahrenden Thema. Ey, müssen wir gleich mitnehmen. Ja, komm, 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 komm. Oh, ja, ja, der ist schon tot, der ist schon tot, der ist schon tot, bleib aber ganz locker. Ja, willkommen zurück. Wir haben Dr. Keith gerettet. Yeah, er ist jetzt um... Oder auch nicht. Doch, wir haben ihn natürlich gerettet. Mit blöden Schild, ey, die brauchen wir so lange. Boah. Und, bam. Ja, wir haben Dr. Keith hier gerettet. Wo ist er? Da ist er. Da ist er, unser Mann. So, Attacke. Nein, 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 nein. Los, Dr. Keith, laufen sie weiter. Nein, hier geht's. Hier geht auch nicht lang, dann müssen wir doch da lang. Gute Arbeit, ja. Hier entkommst du nicht. Pass auf, wo du hinschießt. Hier ist frei, hier ist frei, dann gehen wir hier oben rein. Hier waren wir, glaube ich, schon. Hier ist nix weiter. Hier sind nur noch ein paar Zellen, aber... Oh, yeah. Halo, 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 halo. Und, bam. Boah, unser Kollege ist gleich tot, ey. Gibt ja gar nicht. So, und sowas nennt sich Marines. Bam. Oh, was macht er jetzt? Blöde Viecher. Jaja, vor allem die mit ihm im Schild. Das nervt mich immer noch. Ja, eine Weile hatte ich nicht mehr gezockt. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Halo. Ja, ich hab auch nebenbei eigentlich ein anderes Projekt laufen, aber das Game geht im Moment nicht. Wenn man einmal starten will, anfangen will. Oh, sind die schon tot? Was ist denn hier los? Aber hier schon. Ah. Sword Man. Äh. Eida. Ich dachte, die können wir abschießen gleich. Na, dann müssen wir das so machen. Da ist der andere. So. Cortana an Echo 419. Wir haben den Käpt'n und müssen sofort hier raus. Kann man hier noch irgendwas aktivieren? Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Foehammer. Cortana Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Käpt'n. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh, Mann. Na, großartig. Jetzt sitzen wir in der Falle. Wir sind geliefert. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sinterchief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Oh. Ja, Käpt'n. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Okay, okay, okay. Das holen wir uns. Das holen wir uns. Ja, geht's los. Die sind alle auf den Raufschießen. Oh, was ist denn das nur, Alter? Boah, so wenig Energie hab ich doch gar nicht. Äh. Lass mir ein paar übrig. Oh, nicht getroffen. So. Das war's. Jetzt bin ich wieder verwonnen. Ja, genau. Cortana an Echo 419. Wir haben den Käpt'n und müssen sofort hier raus. Die Waffe nervt mich irgendwie. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Foehammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Käpt'n. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Okay. Wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, wir sind geliefert, Mann! Nein. Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Das kriegen wir doch hin. Ja, Käpt'n. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Da drüben! Da, Feuer! Ich hab ihn zuerst gesehen. Wir werden sterben! Boah! Ich hab keine Waffe hier, ey. Das kann doch nicht sein, immer dasselbe. So ein Scheiß. So. Der Käpt'n lebt. Als einziger noch. Gut zu wissen. Ich muss mir hier lang. Sind gleich da, in ein paar Metern. Haben wir es geschafft. Und dann verpissen wir uns von hier. Ich hoffe, das funktioniert so wie ich mir vor... Oh! Einfach voll draufhalten, ist mir so von egal. Und... Anni kann alle, naja. So. Warum du nicht, ist eher die Frage Bam Ah, ich treffe das immer nicht, die Viecher So Hier gibt es irgendeinen Schalter, den wir aktivieren müssen Na Hä? Was ist denn der hier? Ah, jetzt ja Okay, Leute, gehen wir an Bord Gehen wir an Bord Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffsteuerung herzustellen Ach was, nicht nötig, diesen Vogel fliege ich selbst Käpt'n, Jäger Oh nein Festhalten Sehr nett, Sir Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen Jawohl, das ist mein Käpt'n Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograph irgendwo unter der Insel ist Der Kartograph ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen In einem befindet sich der Kartenraum Wir nähern uns der EZ Das wird brenzlig Nach der Landung, raus und ran Landung Hopp rein, Marines Jawohl Und auf einer neuen Ebene angekommen Mit einem neuen Auftrag Einziger Tod Einziger Tod Einziger Tod Dann sein Und Einziger Tod Einziger Tod Ich bin's So, da hinten sind noch einige, die schnappen wir ihn Boom Boom Guter Wurf Perfekt geworfen, Alter So, den Hammer Wir sind alles dran Beach Miami Yeah Malibu Hier 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 Oh Puh Gebiet gesichert Alle feindlichen Einheiten eliminiert Oh yeah Verstanden Echo 419 im Anzug Hat jemand einen Vortrag angefordert? Oh, der Ring sieht geil aus Wusstet nicht, dass Sie Hausbesuche machen, Vohämmer? Sie kennen unser Motto Wir bringen's Wir bringen's Oh ja Nein Scheiße Weg Oh fuck Das wollte ich gar nicht Shit Oh Schau mal, was da ist Auf geht's Okay, also vorwärts Suchen wir den Kartenraum, dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums Gut, dann suchen wir mal den Kartenraum Und Baller drauf Yeah Oh, schade Oh Oh auch da da die ich wette der schweigende kartograf ist irgendwo in der anderen zu viele und zu viele ich sterbe ich sterbe ich sterbe mir nach berühmt lalala leader Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, muss man schon nicht überleben. Ja, wo sind denn auch meine Kollegen? Noch mal ein bisschen außen fahren hier. Ein bisschen taktisch rangehen an die ganze Sache hier, dann geht das auch. Dann geht das auch. So. Gana, ist fast tot. Verdammt. Ja, in der Wand. Ja, beide habe ich mitgenommen. Ja, geil. Was? Was? Ey, das war doch so perfekt. Ich habe die alle mit dem Tod genommen. Oh, Mann. Wie die ganzen Hülsen da wegfliegen. So geil aus. Gefällt dir das? Weiter so. Da, in der Wand. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Der schweigende Kartograf. Nur, der Gana hat es leider nicht mehr. Geh, geh, weg. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Danke, 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 danke für die Granaten. Mal gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Aha. Ich hasse die, die scheiß Schützschild. Komm her, jetzt. Mensch. Und hier von links und von rechts und von links und von rechts und von links und von rechts. Oh, ich denke, ich muss nicht mehr. Das will mir mal einer sagen. Ah, ich muss mich mal aufladen hier. Das ist der Bier. So, der ist tot. Oh, schade. Oh, ja. Ach. Ja, das ist halt auf dieser Ebene nicht so leicht. Ich kann mal gerade nicht ran, ne. Ja, genau, ey. One in one ist so sinnlos. Der kann ja sowieso schon mal durch. Äh, fast tot. Ich muss ja immer alles alleine machen. Das ist so nervig. So nervig. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, Freunde. Es geht mir nur darum, hier nicht. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Und los. Und wir tot, weg hier. Was zum... Was ist das? Dort ist es. Ja. Ich sehe sie. Oh, geht uns nicht auf den Fenkel. Das brennt. Nein. Brauchst du noch mehr? Ich bin echt klasse. Oh, ja. Gut, paar Leute an den Licht erlöschen. Äh, erwischt. Jawoll, ey. Das macht ja richtig gut Schaden, der Garner. Perfekt, Minium. Da brüch mal hier sitzen. Mir entkommst du nicht. So. So, mir hier mal ein bisschen gelumpster ein. Der Weile macht ja gerne den Garner kalt. So nenne ich das Teamarbeit. Das hätte ich auch von einfach anmachen können. So, Alien Waffle. Alien versus Alien Waffle. Und los. Irgendwo muss... Ah. Oh, ich halte mich.